Und mit diesem grünen Fleck herzlich willkommen zu Für Nüsse mit Dirk, Klaus, Stitcher, alles. Folge 59. Ja, stimmt. Ja, damit herzlichen Glückwunsch allen unseren 59-jährigen Zuhörern. Ich zähl mal kurz. Ja, okay. Wir haben gerade ein bisschen Off-Air, also Off-Air erzählst du eigentlich nicht über Wohnungen und Raum vor den Wohnungen geredet. Und bei mir wird gerade die Klingelanlage installiert. Ja, absolutes Chaos hier in Berlin. Die Looney Tunes machen das hier. Trotz unserer 300 Millionen Euro Luxusimmobilien. Immer noch darauf angewiesen. Ich glaube, die eine Wohnung für 500.000 ist noch frei, wenn ihr Bock habt. Oh, nice. Dann wendet euch an die Podcast-Lounge und dann könnt ihr uns direkt hier durchs Fenster zuschauen. Wenn ihr wollt. Was ihr wahrscheinlich wollt. Ja. Ist auch visuell großartiger Content. Ich mache es dazu mal orange. Uh. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, ich sehe verbrauchte Socken. Alte oder? Die sind super in Schuss. Die haben kein einziges Loch. Okay, dann ist der Boden mörderschmutzig hier. Alter, wenn es. Sag mal, wie geht es an dem Fahrrad? Oder warum muss ich den Engländer schon wieder mitbringen? Ja, ja, ja. Mein Hinterreifen ist jetzt auch durch schöne Wurst. Jetzt muss ich ja nachher noch einen stichsicheren Mantel holen. Das ganze Ding wieder flicken. Und Hinterreifen ist immer noch ein bisschen arbeitsaufwendiger als der voller Reifen. Und das ist alles innerhalb von Wochen. Wieso schraubst du nicht einfach dein Fahrradventil raus und spritzt das Ganze zu mit Bauschaum? Silikon hätte ich gedacht, aber... Ich dachte, das Bauschaum ist ein bisschen leichter. Aber Silikon, ja, warum nicht? Moltofühl. Das wäre doch eigentlich ganz geil. Was soll denn passieren? Ich wette, solche Tipps gibt es auch im Internet. Oder halt einfach irgendwie, weiß nicht, ein bisschen frischer Zement oder Moltofühl, hast du schon gesagt. Also ich kann ja mal sagen, wer... Zinn, Blei. Kupfer. So. Also wer seine Scherben auf einem Radweg liegen lässt, der sollte auch schön mit den Hoden durch die Scherben geführt werden. Ich weiß ja nicht, ob jemand, die bewusst da hinlegt oder besoffen hat, einfach nur hinter sich die Flasche schmeißt. Und unter anderem sie dann halt auf dem Fahrrad liegt. Auch nicht fein, aber ja. Aber schöne Vorstellung, dass so eine Seniorin morgens am Sonntag um neun Uhr ihre Handtasche öffnet. Und dann legt sie drei, vier Scherben nur auf dem Fahrradweg. Keine Ahnung. Das sollen die Radfahrer davon mitnehmen, dass sie den Radweg benutzen. Genau. Wenn sie mal den Radweg nutzen, aber da kann ich verweisen auf unsere Folge Rad-Rage oder wie das... Nee, egal. Folge 15, 18, 17. Hört sich als halber alle. Ja, Mann, ey, das ist echt zum Kotzen. Vor allem, es kostet dann auch wieder Geld, ey, nur weil irgend so ein Affe sich nicht benehmen kann. Ja, cool. Alles cool. Aber meine heutige Frage, können wir gleich zum Thema kommen hier. Bitte nicht mehr reden, ey. Du kannst doch noch gerne was an den Schwank aus deinem Leben erzählen. Ah, ich hab keinen Bock mehr auf Zug fahren, Alter, ey. Freust du dich nicht auf Mark Gröningen, deutschen Schlager-Erfolgssänger, Mark Gröningen? Ja, der ist, glaube ich, der Bruder von Mark Forster, ey. Mark Forster, nicht der Regisseur von World War Z? Ja. Und der erhält von so tollen Liedern wie Ich brauche dich jetzt, komm zurück zu mir, Deine Zeit war die schönste Zeit und Mark Gröning, wo bist du? Mark Gröning, wo bist du? Kann es sein, dass du es neu hast? Weil als ich das neu hätte, diese Lichtlauf bei mir, da habe ich auch die ganze Zeit mit der Fairbanks rumgespielt. Ich habe so eine Röhre, sieht aus wie ein Lichtschwert. Ja, ich habe es ja schon mal gesehen, aber weil du halt die ganze Zeit jetzt so rumpimmelst. Demnächst kommt dann halt noch Fade in, Fade out und Jump. Habe ich ja alles, habe ich ja alles hier. Ja, ja, es ist ja die gleiche Fairbanks. Es gibt ja nur einen Hersteller. Es gibt ja immer nur, alle haben diese gleiche Fairbedingung. Oh, das ist super. Ja. Das ist ja gerade so eine LED-Lichtschreie. Ja, da kriege ich richtig Stress. Richtig, wie mein linkes Ohr anfängt, so leicht zu zucken. Das ist doch das Einzige, was man eigentlich bräuchte, nämlich dass es zwischen Blau und Rot hin und her springt. Das geht irgendwie nicht. Ja, das ist gut. Jetzt flasht es einfach nur. Toll, toll, toll. Die Technik. Äh, ja. Naja. Machen wir mal aus, um Energie zu sparen. Jetzt müssen die Kohlekraftwerke noch 20 Jahre länger am Netz bleiben. Ja, 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 ja. Nee, du fährst nach Markgröningen jetzt. Aus Liebe. Der Liebe wegen. Jetzt stell deine Frage. Ja. Ich glaube, heute wird mehr geatmet als gesprochen bei dir. Was sind denn, es kommt ja jetzt, es kommt ja jetzt, das Smart Home setzt sich immer weiter durch. Was sind denn Smart Home Appliances, die wir mögen beziehungsweise uns gar nicht vorstellen können? Irgendwas, was du im Haus installierst, was smart ist. Ich glaube, ich habe vor drei Jahren oder sowas so einen Imagefilm über Smart Home gedreht. Ist das der, wo du auf dem Klo sitzt und das Thermostat bedienst, weil dir zu kühl ist? Mit dem Penis, genau. Jetzt kommt es eigentlich zu Fünüsse. Ach Gott, ey. Naja, ich meine, das ist ja schon mehr oder minder Smart Home, fernsteuerbares Licht. Ja. Also selbst das... Oder fernsteuerbarer Fernseher. So, jetzt. Meine kabelgebundene Fernstörung für meinen Röhrenfernseher aus den 70ern. Klick. Macht es immer noch. Wenn ich auf SWR 3 schalte. Gibt es SWR 3? Es gab so viele. Bei dem Netzwerk an öffentlich-rechtlichen Sendern. SWR 3. Naja, ich meine, alles, was du fernsteuern kannst, fällt schon mehr oder minder unter Smart Home. Deine Gedanken? Kennst du noch die Funk? Nee. Lichtschalter? Achso. Schön, wie er so eine ewige Pause gemacht hat. Ich habe schon irgendwie gedacht an Funkwoche, die Fernsehzeitung. Das war das, was mal in der Lampe installiert war. Diese Funkschalter. Funkschalter? Ja. Wo wir, oder warst du da schon weg, wo es eine Funkfernbedienung gab, die einfach die Steckdosen angesteuert hat. Ach du Scheiße. Wo die Spots dran waren? Ja, diese Konrad-Packs. So 5 Euro, drei Steckdosen. Das ist ja der Vorgänger mehr oder minder. Ja, das hatte ja irgendwie in der Lampe Sven oder hat es immer noch. Was ja sehr gut ist, wenn du halt irgendwelche Billig-Ventilatoren an die Decke knotest und dann halt immer auf Stufe 3 lässt und die Steckdose halt einfach anschaltest und nicht dann versuchst mit dem Besenstiel die Stufen einzustellen oder besoffen Peter einen Faden ranspringen lässt und wenn du wiederkommst, ist der Faden ab und er sagt, das war schon so und du wärst nicht drauf gekommen, wenn er nicht mit dem roten Kopf leicht verschwitzt am Tresen sitzt und sagt, das war so. Mit einem Faden in der Hand. Ja, genau. Den hat er klugerweise irgendwie am Boden gelassen. Hängt so leicht raus. Das ist Zahnseide. Ja, was ist ich denn? Ja, ich habe letztens drüber geredet hier, über die Staubsauger-Roboter. Die finde ich super. Das Geile ist ja immer, die Hersteller sind meist immer noch nicht davon überzeugt, weil es gibt viele große Firmen, so wie Roomba und sonst was, die immer noch als Paket einen richtigen Handstaubsauger mit dazuschmeißen. Und wollen die dann halt für, ich sage mal, 1000 Euro oder sowas, kriegst du für 300 Euro dein Roomba und dann kriegst du für 700 Euro so ein Ultimate Blabla, der dir halt echt die Fugen aus den, Fugenkitter aus dem Spalt raussaugt, sowas, was du halt selbst bedienen kannst. Das fühlt sich dann immer so an, oft steht dann halt auch in der Erklärung ergänzender Staubsauger. Dann denkst du auch, okay, also ihr wisst ja aber schon, dass viele das ausschließlich nutzen. Dann denke ich, das ist ja Wahnsinn. Das wäre ja, also. Aber du kannst ihn ja nicht, saugst du bei dir auch manchmal so auf dem Sofa oder so, in den Fugen? Also, die Saugauflage, die ist so, also die ist ja sonst schon gewesen, deswegen lasse ich die dicht auf dem Sofa. Nur mit der Röhre dann? Naja, also ich schneide mir selber die Haare und da nehme ich die Röhre am Anfang immer gerne, um halt einfach die Haare, die groben, die großen Haarbüschel quasi vom Boden zu saugen. Deswegen lasse ich eigentlich alles so vom Sofa. Okay. Also früher habe ich das gemacht, aber nee. Es gibt ja auch noch immer diesen Spaltaufsatz, den ich sofort verliere bei jedem Staubsauger. Diese ganzen Aufsätze von klassischen Staubsaugern, die habe ich halt auch nie. Ich habe da halt, glaube ich, auch, die können die eigentlich nutzen. Die Polsterbürste ist doch auch dabei. Ja. Und die mit den roten Velour-Teppichstückchen dran, also wo da so die quasi Fussel und Haare gleich sammeln soll und das, das glaube ich auch bei den großen Staubsauger-Untersetzern, oder wie das heißt. Und dann gibt es auch welche mit so einer susseligen Bürste, wo du denkst, wofür ist das? Ich glaube, die ist dann halt für Tapetenecken, dass du die Tapeten dann nicht komplett abschuberst, weil du halt erstmal mit so Plastikharen da rumschuberst, aber ich... Ja, also Roomba ist ja so ein Teil der Automatisierung zu Hause. Das andere, was jetzt viele haben, ist halt Alexa. Wenn du für alle, die glauben, Amazon hat noch nicht genug Informationen über sie, kannst du einfach mal dir einen Alexa ins Haus holen. Ja, oder, also machen wir uns nichts vor, Google und Apple, die sammeln halt auch ohne Ende und ich glaube, es gibt auch von Samsung oder irgendwie noch andere Modelle... Ich glaube, nur die anderen haben nicht die Funktion, dass das Mikrofon immer an ist. Also bei Google, ja. Immer? Naja, wenn du Google hast, es reagiert ja auf, okay, Google. Ja, nein, aber ich glaube, Amazon schneidet es auch gezielt mit, immer. Ja, da gibt es ja genug Beispiele. Ich glaube, das haben die anderen nämlich nicht. Aber ich glaube halt, Amazon, da kann man halt auch nur sagen, die machen das gezielt, weil es halt rausgekommen ist. Es gibt halt nicht so die Funktion, dass man sagt, okay, oder die großen Skandale, dass Google-Kunden jetzt gesagt haben, ich möchte mal halt einfach meine ganzen Befehle mal einhören der letzten Monate. Die Storys gibt es ja noch nicht. Und bei Amazon gibt es ganz klar, mit ein paar Klicks kannst du das halt ordern und da gibt es mal Leute, äh, Entschuldigung, wer ist denn das? Das ist ja eine ganz andere Familie. Ich höre gerade, Vasektomie? Hä? Wusste ich gar nicht. So was. Wir sind die Pimmelmeiers aus Erkenschwick und wir Vasektomieren. Dienstags und Donnerstags. Alexa, notiere Vasektomie für Dienstag. Alles belegt. Aber das gibt es ja auch in verschiedenen, also auch mit Kamera. Das finde ich besonders schön, dass es nicht mehr nur eine Box ist. sondern auch mit Kamera-Anbindung. Also jetzt rein Alexa oder auch die anderen Dinger? Die anderen glaube ich noch nicht. Also Alexa ist das Einzige, was es wirklich auch mit Kamera gibt. Das kannst du irgendwie Bilderrahmen aufhängen. Kannst du dir zum Beispiel in die Küche stellen und dann hast du... Du siehst traurig aus. Ich spiele ab Porno. Alexa, zeige mir Pornos, die in der Küche spielen. Und dann kannst du halt dir eine Nackt-Kochshow ansehen, während du kochst. Oder du hast halt das Bild, was angebunden ist an dein Smart-Schlüsselloch vorne am Haus, wo du eine Kamera installiert hast. Er hat Loch gesagt. Schlüssel. Weil ich meine, wenn du halt eine Gegensprechanlage für ein Einfamilienhaus baust, dann baust du es ja in der Regel jetzt mit Kamera. Und das kannst du dir halt gleich in den Alexa-Feed schmeißen. Also ich meine, ein richtig schönes Smart-Home, da müssten die Kameras ja eigentlich im Mauerwerk integriert sein. und nicht diese großen, klumigen, 80er-Jahre-Night-Royle-Arts. Kannst du ja easy machen. Das kannst du ja einfach verputzen. Die sind ja klein. GoPro von der Größe erreicht. Was ich geil finde, die auch arschteuer sind, jetzt irgendwelche modernen Fahrradrahmen, wo vorne und hinten schon die Leuchten integriert sind im Rahmen. Nicht irgendwie so ranklippbar oder irgendwas. Sondern wenn das Ding halt auch, keine Ahnung, sagen wir mal, da ist ein Auto drüber gefahren. Dann ist ja meist Reifen und alles platt. Und der Rahmen ist relativ stabil noch so. Und dann ist dir nichts abgebrochen. Wahrscheinlich ist das Problem. Du wurdest überfahren, aber dein Fahrrad ist in Ordnung. Das Licht leuchtet. Das ist ganz geil. Nee, also die Kameras außen gehören ja dazu. Und für viele, was in Deutschland ist es ja noch so ein bisschen verpönt, so Schließsysteme, die auch smart bedient werden. Ja, Daumen, Iris, Helga. Oder einfach nur deine Präsenz. Einfach nur die Körperwärme. Nee, aber deine Smartwatch. Ja. Oder ich meine, Keyless, da gibt es halt X-Variationen. Ja, ja, ja. Aber das, dann kannst du hier einfach schön auch, das, was ich ja ganz faszinierend finde, wenn du dich dann durchs Haus bewegst und das Licht folgt dir. Ja. Also hier völlig egal, weil wir vom Strom abgeschnitten wurden. Aber theoretisch, also ich habe auch keine Smartwatch, du ja auch nicht. Aber ich finde auch, das letzte Gerät, was ich bräuchte, wäre noch eine Smartwatch. Also das Geile ist, ich habe schon so oft Smartwatch-User gesehen, wo man natürlich auch die Nachrichten lesen kann und telefonieren könnte und sowas. Und die dann irgendwie gucken drauf. Warte, ach, ich habe eine Nachricht. Ich hole mir mein Handy raus. Ja. Kannst du auch auf deinem Arm mal, ja, aber ist viel geiler, ich habe ein großes, ja, dann, ah, aber kriegst du nicht, vibriert dein Handy nicht. Ja, ja, aber ist hier total geil, da sehe ich halt Harry, ah, will ich. Das ist, Apple ist inzwischen der größte Uhrenhersteller der Welt. Uhrensohn. Genau so. Wo man trotzdem irgendwie wenig Leute mit Smartwatches sieht. Also verhältnismäßig, wenn man das jetzt mit einem Smartphone vergleicht. Wie heißen denn diese, die eigentlich nur so eine komischen Live-Data-Tracking-Dinger sind? Also zwar auch so ein... Fitbits, ganz groß, die Nike Plus. Ja, aber ich meine, was ist ein Überbegriff? Fitness-Tracker. Fitness-Tracker. Weil das ist ja eigentlich in dem Sinne halt auch eine Armbanduhr mit den ganzen Fitness-Funktionen. Also auch eine Smartwatch oder was? Ja, da gibt es Abgrenzungen, aber ja. Weil davon gibt es ja gefühlt 400 verschiedene Firmen. Also wenn du irgendwie bei Amazon mal irgendwie schaust, bei Angeboten in der Kategorie Sport, dann hast du 70.000 verschiedene von diesen Uhren. Und denkst du, Alter, und das ist halt... Und die Smartwatches bieten genau das ja auch an. Ja. Also das wirklich Einzige, wo ich so ein bisschen, also wo ich es nicht mal persönlich verstehe, aber wo ich ein bisschen verstehe, wo der Reiz daran liegt, ist, die neuen Smartwatches haben halt einen SIM-Karten-Slot. Und du kannst dann, wenn du unterwegs bist und ein Bluetooth-Kopfhörer hast, einfach so Musik hören, wenn du nur die Armbanduhr bei dir trägst. Was halt für Leute, die mit Musik laufen, praktisch ist. Weil du das Handy nicht mehr mit dir rumschleppen musst. Aber haben die Standard-Dinger noch keinen Speicherplatz oder sowas, dass du halt direkt Musik draufklatschen könntest? Ich glaube, die Zeiten sind, das verschwindet jetzt eh langsam immer mehr, dass wir Musik für Speicher, dass wir Speicher für unsere Musik brauchen, sondern das ist jetzt alt. Naja, ich meine, wenn du durch Deutschland unterwegs bist, ich habe jetzt schon des Öfteren erfahren in den letzten Wochen, dass es da noch große, dunkle Flecken ist, wo nichts empfangen irgendwas. Ich habe, heute habe ich einen Artikel über DSL-Technik geschrieben, wo ich auch nochmal so dachte, wo es um Vectoring und so ging. Also diese, die neue Telekom-Technologie, die halt eigentlich die Telekom nur eingeführt hat, weil sie damit quasi kaschieren können, dass der Glasfaserausbau halt so scheiße ist in Deutschland. Weil eigentlich wirklich schnell ist halt Glasfaserkabel. Und die DSL-Leitungen sind auch die alten Kupferleitungen vom Telefon und da kommt es halt zu Störsignalen. Und bei dem Vectoring kannst du das quasi mit so einem Filter, der durch Störgeräusche dämmt, der benachbarten Kupferkabel. Und dadurch kannst du die Geschwindigkeit quasi künstlich erhöhen auf bis zu 100 Mbit in der Telefonleitung. Künstlich? Ja, das funktioniert aber nur, wenn die ganzen Leitungen der Telekom weiterhin gehören. Zufällig, ne? Verrückt. Ja. Letztens wurde das erste 5G-Handy vorgestellt. Nicht schlecht, ne? Ah! War das nicht Huawei? ZTE hat es gebaut. Okay, aber auch die kommen aus China. Genau. Meine ich ja. Shang Tsui ist das Stammhaus. Und in Deutschland ist es die City, Deutschland GmbH ansässig in Düsseldorf. Das ist China Deutschlands. Genau. Ich weiß aber nicht, ey. Ja. Was fällst du denn von Clap On? Wenn du das heute noch hast und nutzt, ich habe das mal gesehen bei Glove & Boots, die haben das getestet, es war erst mal schwierig, noch eins zu finden von den Clap On, Clap Offs. Wenn du das heute hast, das hat nicht mehr genug Leistung für die meisten modernen Geräte. Wie? Das muss ja da durchlaufen. Also du schaltest es ja zwischen die Steckdose und dein Gerät und meistens geht dein Gerät zwischendrin aus. Also eine Lampe verträgt es glaube ich noch, aber ein moderner Computer und so ist zu viel dafür. Verrückt. Ja. Ansonsten Clap On, Clap Off. Natürlich auch so ein bisschen der Vorgänger halt von so Fernsteuerbaren. Dicht gefolgt mit Chia-Pads. Uh, da, ich meine so modern wie Chia-Samen sind. Ja. Bis heute bist du mit dem Chia-Pad wahrscheinlich voll im Trend und gesund in der Küche. Ja, du kannst dir halt einfach deine Tonschildkröte ablecken, wenn sie nicht hart. Oder du lässt dir einen 3D-Scan von deinem Kopf machen, den aus Ton nachbauen und machst dann ein Chia-Pad von deinem eigenen Antlitz. Apropos 3D, wie weit sind wir denn mit 3D-Druckern, also jetzt in der Medizin? Also Knochen-Elemente gehen ja schon glaube ich irgendwie so klein. Ja, Medizin kann ich gerade nicht sagen. Für einen Privatgebrauch sind die relativ günstig. Da bekommst du 500 ein. Ja, aber kann der mir einen Leber drucken? Organe ist glaube ich generell ein bisschen schwieriger. Also Knochen ist einfacher. Okay, also könnte ich, wenn ich wollte, mir so einen 50 Zentimeter langen T-Rex-Schwanz drucken. Also die Gelenke. Ja. Knorpel gehen auch, denke ich mal. Oder halt vier Arme, wie Boro aus Mortal Kombat. Ja, also ich kann halt die Knochen und die Knorpel, aber ich kann nicht die Haut, die Muskeln, die Sehnen. Nee, da musst du halt hoffen, dass dein Körper das integriert. Also du musst es dir dann unter die Rippen setzen. Gut, da sprechen wir mit dem. Aufs Beste hoffen, ja. Das ist ja was. Nee, aber ich meine so ein 3D-Drucker für zu Hause wäre natürlich auch ganz praktisch. Ja, es gibt ja schon ein paar, die das haben. Ja, genau. Das ist, wie gesagt, so 500 Euro. Wenn der genauso funktioniert wie mein 2D-Drucker, kann ich auch gerne verzichten. Aber da machen ja Leute gerne mal sowas wie, guck mal, ich habe einen Whisky-Untersetzer gedruckt. Einen Cockring. Also ich meine, da sind ja relativ schnell Dinge, wo du denkst, ja, aber brauchst du dafür 3D? Guck mal, das ist hier so ein Messerständer. Ach, Mensch, hör auf. Also am Schlimmsten, glaube ich, ist, wenn du sowas dir holst, weil es günstig ist und du findest das System interessant. Und du drückst halt einfach jeden Scheiß. Ich weiß, für die Switch gibt es halt ganz viele Sachen aus dem 3D-Drucker, wo du die Joy-Cons, also die beiden einzelnen Controller, halt reinstecken kannst, die ein bisschen ergonomischer sind als das von Nintendo. Es gibt doch auch ganz viel von Switch, das irgendwie so in so einen Pappengebastel reinkommt, oder? Ja, genau, das heißt Nintendo Labo. Aber sowas kannst du dir halt auch drucken. Okay. Dann hast du es halt nicht aus Pappe, sondern... Das soll ja irgendwie so einen nachhaltigen Charakter oder soll so ein Bastel nachhaltig, so eine Kombi? Das halt von wegen, Kinder sollen definitiv die ganze Zeit zu Hause vor der Konsole sitzen, aber wenn sie vorher halt drei Pappen knicken, dann haben sie das Gefühl, sie haben auch noch was gemacht. Das Piano dauert wohl so vier bis acht Stunden zum Zusammensetzen. Es gibt Piano zum Falten. Ja. Ja, also es funktioniert ja alles mit der Infrarot-Kamera des einen Joy-Cons und das hat reflektive Folie. Und die misst halt... Das ist alles Pappe? ...die Distanz. Nein, nein, diese Folie ist halt dabei. Scheiße. Und dadurch, ja, also du kannst dir auch nachbauen, du kannst dir auch die Anleitungen holen, aber es ist wohl ein bisschen schwierig, außer brauchst du halt die Spiele noch, die dazu passen. Ah, ja. Was hättest du denn von diesen intelligenten Glühlampen oder beziehungsweise sind ja LED? Ja, also Philips Hue ist ja so eine ganz große Marke davon. Was machen die eigentlich? Nein, also zum einen kannst du es halt mit dem Smartphone steuern oder mit deinem Sprachassistenten. Hey Siri, sagt Google, sie soll Alexa sagen, die Lampen heller zu drehen. Eins von den Dingern kann man doch einen eigenen Namen geben, oder? Äh, ja. Also kannst du Siri nicht sagen von dem Sirip, heute heißt du Günther. Ich weiß nicht, ob Siri das hören möchte. Siri ist ja sowieso so ein bisschen schnippisch und launisch. Nutzt du Siri ja, ne? Ähm, für wenig. Ähm, aber es gibt ein paar Sachen, die finde ich mit... Beim Ordonier-Rhythmus. Ja. Die finde ich mit Siri praktischer, zum Beispiel mir einen Timer zu setzen, wenn ich koche. Hm. Weil dann jedes Mal... Das stimmt. Also wenn ich irgendwas reinhaue und ich brauche so was Kleines wie eine Minute oder so, dann eh ich dann halt in, ich glaube, Uhrzeit, Wecker, Timer, Timerstellen, Go, ist dann halt einfach einmal gedrückt halten, setze Timer auf eine Minute, Go oder los oder so. Ja, also genau so mache ich das auch irgendwie, weil ich habe keinen Bock, weil das auch jedes Mal auf Uhren und dann bin ich standardmäßig auf den Weckern, dann muss ich in die Timer, dann muss ich die Timerzeit einstellen. Nein. Also für so Sachen nutze ich es ansonsten echt wenig. Grußlich ist mal, wenn du irgendwie, irgendeine Standardfrage, also jedenfalls ist es bei Google so, dass dann unten Fragen vorgeschlagen werden, also die du einfach nur noch anklickst. Google, wie bekomme ich meinen Penis aus dem Toaster? Und dann relativ schnell so Fragen sind wie, zeig ein Foto von dir, wie siehst du nackt aus, hast du schon mal Sex? Also so eine, also als ob du das Gefühl hast, so ein 13-Jähriger auf Schwippschwapp wurde eingeschlossen und hat die meisten, meisten Google-Fragen da halt irgendwie reingepumpt. Also das ist richtig, du kannst alles fragen und das sind die, die auf Ani jetzt vorgeschlagen werden. Okay. Das ist schwierig. Nee, aber nochmal auf die intelligenten Lampen zurückzukommen. Du hast natürlich auch beim Smart Home, wie mit allen Sachen den Vorteil, wenn du halt aus dem Haus bist und dir nicht sicher bist, ob du irgendwas ausgeschaltet hast, kannst es halt prüfen. Ja. Und die Lampen kannst du halt theoretisch dann auch so einstellen, dass sie halt auf dich reagieren und deine Nähe messen mit der Smartwatch. Und was ich hier ganz praktisch finde, ich weiß, du hast das, aber kaltes Licht. Ich hasse es nicht. Einfach kaltweißes, neutralweißes Licht. Das kommt halt mal auf den, also zum Beispiel meine LED-Leiste hat Standardlicht, ist halt irgendwie so ein, so ein, hier, was du auch auf deiner Leiste hast, ist halt so ein kaltes Blau. So das helle, helle, kalte Blau, genau. Das ist bei mir Standardlicht so. Das ist neutralweiß jetzt. Das wäre die blaue, aber ja. 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 Wo hast du deine LED-Leiste? Küche. Küche? Und da hast du die nicht über der Arbeitsplatte? Nee, da habe ich halt so eine ganz normale Küchenleuchte, die halt dann irgendwie nur drei Zentimeter lang ist. Das ist halt auch LED, aber ich meine, ich habe ja so ein LED-Band und das geht halt an einer Fußleiste hinter dem Sofa und am Schrank noch hoch. Schön Unterboden beleuchtet. Ja. Und da habe ich halt eigentlich immer so ein Blau, weil halt alle Rottöne sind halt einfach so intensiv, dass der ganze Raum ein bisschen nach Puff aussieht und deswegen ist es entweder so ein helles Blau oder Weiß. Alles andere ist halt... Oder du machst halt einfach mal richtig Stress, du machst einfach mal Licht aus, also alles dunkel und nur das Ding an und machst Strobo-Effekt. Relativ schnell merkst du, dass du halt so einen Gehirn-Nieser kriegst und so ein Aussetz. Das ist halt richtig schlimm, wenn du es richtig hoch drehst. Ich finde, also eigentlich sagst du ja in Arbeitsbereichen sollst du eher neutralweißes Licht haben. Sollst du! Naja, dein Gehirn wird halt dadurch aktiver, weil es die gleichen Hormone freisetzt. Buuuh, aktive Gehirne! Wie bei Tageslicht. Guckt euch die Techniker im Inno-Wart, die hassen auch aktive Gehirne. Die Geschichte, die muss ich euch erzählen. Wollen wir die Klingelage fertig machen? Hau ab! Deswegen in der Feinmechanik und im OP-Saal ist halt das Licht eher kühl. Und genauso in der Küche, wo du halt die Sachen neutral betrachten sollst. Und die Philips Hue-Leuchten oder die Besseren davon haben halt einfach die Funktion, dass sie über den Tag die Lichttemperatur ändern können. Das heißt, du kannst halt, du schließt halt morgens mit warmem Licht auf. Das hältst du von so Lichtweckerscheiße. Boah! Also ich weiß gar nicht, ob das bei mir funktioniert. Also meine Freundin ist sehr lichtempfindlich und ich glaube, da müsstest du halt so einmal so kurz mal ins geschlossene Auge blinken und dann ist sie halt wach. Und bei mir könntest du halt so einen Baustrahler halt hinstellen. Ich würde halt weiter pennen. Also ich würde zwar halt die ganze Zeit pennen und hätte so krasse Lichtreflexe in meinen Träumen so eingebaut. Die ganze Zeit kämpfe ich nur gegen Licht. Irgendwas hat sich mir in die Netzhaut gebrannt. Ja, aber wer weiß nicht, ob das passiert. Wie so ein alter Röhrenmonitor. Ich würde wahrscheinlich aufwachen, weil mein Gesicht so schwitzt. Aber sonst? Du hast vorhin Schließsysteme erzählt. Hier verschiedene Schließsysteme. Also zum Beispiel weiß ich, dass Royal, auch Royal Eisladen, die haben, die haben glaube ich sowas, ich weiß nicht, ob das ein Pin ist oder ob du einfach nur dein Smartphone in der Nähe haben musst. Aber es öffnet sich, weil die ja das zum Beispiel auch über Winter, wenn das Ding geschlossen ist, Airbnb-mäßig vermieten. Und die halt keinen Bock mehr hatten auf diese Schlüsselübergabe. Pimmelei und das halt sehr günstig zu machen ist. Und dann wird es ja was mit dem Handy sein, ja. Genau. Und dann gibt es halt dann irgendwie den Code, der für den Tag, für die Zeit oder für eine Stunde oder sowas ist. Und im Royal ist das wohl auch so, dass dann halt kannst du halt, also Sven meint, du kannst halt tausend Millionen Sachen da halt machen. Dass halt irgendwie jeder kriegt halt seinen Fix-Code oder zum Beispiel. Oder dann weißt du auch immer, wer drin war. Genau. Oder zum Beispiel, du hast halt irgendwie jemand, der kurz rein will, der kriegt dann halt irgendwie einen Random-Code für den Tag oder für eine Stunde zugeordnet. Das kannst du halt dann alles von deinem Smartphone halt rumpimmeln. Ja. Natürlich ist jedes Schließsystem irgendwie knackbar, aber halt auch alle mechanischen. Das ist ein Schloss auch, ja. Ja, deswegen das ist, glaube ich, egal. Ich meine, das einzig Blöde ist nur, du wirst zwar früh genug gewarnt, aber die sind ja halt dann alle entweder Batterie- oder Akku betrieben. Ja. Und du musst dann halt das System dann halt irgendwie früh genug dann halt schon mal auswechseln. Die sagen dir, okay, du hast jetzt noch zwei Tage, ein Tag, tschüss oder so. Und da verändert sich natürlich halt dann auch irgendwie ein bisschen das Verhalten. Ich glaube, im Haupt, also wenn du jetzt gezielt daraufhin baust, dann kannst du es ja einfach anschließen, das ist ja dann ein bisschen praktischer, aber ja. Ja. Das finde ich ganz geil. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann irgendwie, du hast gesagt, mit der Nähe, das heißt irgendwie über NFC-Qualität. Genau. Und das, also die Uhren sind ja prädestiniert für dieses NFC-Ding. Ja. Dass du halt in Innenräumen immer eine Ortung hast, ohne dein Telefon mit dir rumzuschleppen, weil normalerweise, wenn man zu Hause ist, hat man eigentlich die ganze Zeit sein Telefon in der Tasche. Ja. Und dafür, er hat so eine Uhr, ist dann halt das Device, was du immer bei dir hast. Ja. Und dadurch merkt halt dein Haus quasi, ob du jetzt gerade auf dem Weg ins Bad bist. Mein Haus. Auch die Musik kann dir ja theoretisch folgen. Ja. Also wenn du dich jetzt für, du hast einen Bluetooth-Lautsprecher, ich auch, aber es gibt ja auch Leute, die dann halt einfach so ein Multiraumsystem sich bauen, von einer Marke. Also ich weiß, ein Lautsprecher, den ich mir mal angesehen habe, war die von Marshall. Bravestar. Ich finde die halt im Design ganz geil, weil die aussehen wie Planet Neu Texas, ein Freiheitstraum. Aber es gibt ja mittlerweile verschiedene Bluetooth-Dinger, die miteinander kommunizieren können. Nicht nur, dass du halt eine Marke brauchst, du kannst ja halt irgendwie... Ja, ja, über einen Standard. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also klar, ist ja lustig, aber ich glaube, so Sachen sind dann halt immer interessant, wenn du jetzt zum Beispiel halt irgendwie eine Lokalität, irgendwie sowas hast. Aber zu Hause, die ganze Spielerei, also mich ehrlich gesagt, wird das so ein bisschen... Ich glaube, bei dir in der Familie gibt es ja so ein paar begeisterte Techniken-Nerds, die da halt wahrscheinlich voll abgehen würden. Aber ich müsste das erstmal installieren. Ja, aber dann... Aber dann... Ich bin jetzt in der Küche und die Musik im Wohnzimmer ist still und jetzt beginnst du in der Küche ohne Unterbrechung. Klaus, 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 kannst du die Musik in der Küche anmachen? So funktioniert es smarter um nicht. Läuft doch super. Ich rufe dich doch gerade deswegen an, meine Güte. Ja. Ja. Also ich hätte gesagt, Marshall macht mich halt auch einfach deswegen an, weil die Boxen halt geil aussehen. Die haben halt so diesen Retro-Look mit Leder und so cremefarbene Elementen und Reflektiv. Also sind ja auch Marshall so eine klassische Marke für Musiker, die halt so viele Monitore herstellen, wenn du Gitarre spielst, wenn du E-Gitarre spielst. Und deswegen, die sind halt auch hübsch. Aber ja, Teufel halt auch so bekannt dafür. Dass man, die bieten halt auch einfach das an, dass du, wenn du mehrere Teufel-Boxen hast, kannst du ja quasi dein Surround-System zusammenstellen. Bis du irgendwann im 7.1 Surround zu Hause bist. Wow. In deinem Heimkino. Das ist ja mehr als fünf. Dolby Atmo. Leckt mich. Ja, du willst ja auch Sound von oben und unten haben. Ja, wahrscheinlich. Und nicht Filme sehen wie ein Steinzeit-Mensch in 5 zu 1. Ja. Ich weiß, in den 90ern, damals in der ersten Ausbildung, haben sie alle vom Bus- oder Bus-System geschrieben, das Building Engineering System. Und da war das ja damals total cool, dass du quasi mit deinem Handy, damals wirklich ja nur Handy, dann halt einfach deine Rollos, deine Heizung, dein Licht und irgendwas noch von zu Hause, äh, von unterwegs halt steuern konntest. Und da konntest du halt einfach nur sagen, 20 Grad, Rollos runter oder irgend sowas. Das war halt für irgendwelche, also ich meine jetzt mittlerweile ist natürlich ausgereift, dass du halt dann irgendwie auch das halt alles steuern kannst. Genauso wie, ähm, äh, die Vernetzung mit halt irgendwelchen Fahrzeugen, dass halt Autos sich halt merken können, wann du halt sagen wir mal zur Arbeit fährst und dann im Winter hast du natürlich standardmäßig dann irgendwie deine Standheizung drinne und wenn du dann halt irgendwie um 7.30 Uhr losfährst, dann wird um 7.15 Uhr die Heizung angepumpt, dass du ins warme Auto einsteigst und so. Äh, ja, ist halt, das ist bestimmt ganz lustig, weil manchmal hast du halt Fahrten von einer halben Stunde und wenn du halt dann bei minus 20 Grad ins Auto gehst, sag mal, du wohnst irgendwo, wo es mal so, dann ist das schon, aber es ist halt, ah, die sind alles so eine Pimmelein. Es gibt halt, was ja ganz geil ist, ist, ähm, also wo es auch wirklich auch Schnittstellen zum Energiesparen gibt, dass wenn du halt die, ähm, Thermostate und die Heizungen vernetzt hast auf der einen Seite und Sensoren für Türen und Fenster hast, dann weiß halt deine Heizung, wenn du die Fenster aufmachst, geht die Heizung aus. Ja, das ist ganz klug. Und solche Sachen und, also ich meine, natürlich, du bekommst dann halt auch einen Alarm, wenn du die Fenster offengelassen hast, ähm, aber halt genau diese Vernetzung und solche Sensoren helfen halt oft auch, äh, einen Wasserschaden zum Beispiel zu spotten, bevor du es kannst. Ja. Weil der Sensor halt merkt, okay, die Luftfeuchtigkeit im Bad, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Ja. Ähm, und sowas. Oder halt gibt dann Meldungen, ja, jetzt du solltest mal lüften, du Affe. Aber generell diese ganze Sensorik und diese Meldungen, also mittlerweile die klugen Kühlschränke, die die ganze Zeit piepen, wenn du so länger als drei Sekunden auf hast und so, alter, nerv, tierisch nervig, also generell, okay, wenn du halt irgendwie so ein komplett befreiter Amerikaner bist, der halt dann sagt, wieso, ist grad viel zu warm, mach ich Kühlschrank auf. Sowas ist dann halt, okay, dass der dann immer mal piept, sagt, so ist das System, aber nicht gedacht, du Trottel. Ähm, aber, ja, weiß nicht, also ich meine, im Auto ist es halt ein Sicherheitsding, aber da ist es halt auch schon so, wo du denkst, ey, wir fahren noch nicht mal. Klar, die Zündung ist an, aber sofort sagt, nee, nee, anschnallt, anschnallt, anschnallt. Alter, wir fahren noch nicht mal, lass mich kurz mal in Ruhe. Das hab ich auch schon so oft. Geil ist immer, wenn du mit Taxifahren rumfährst, die ja halt per Gesetz sich nicht anschnallen müssen, ähm, und die dann halt irgendwie, wenn du zünden manchmal, dass halt... Wieso? Äh, wegen Überfall. Wegen Überfallmöglichkeiten sind die halt in der Stadt nicht gezwungen, halt sich anzuschnallen. Ja, dass die halt dann schnell aus ihrem fahrenden Auto, wenn sie halt auf der Bundesstraße sind, rausrollen können. Und dann hast du halt welche, die dann klugerweise halt das System sofort ausgeschaltet haben, weil es ihr Wagen ist, und welche, die halt für eine Kette fahren, die dann halt irgendwie mal, das machen mal nicht, und sich jedes Mal, wenn die Zündung angeht, wundern, ja, bitte einmal anschnallen. Und dann, äh, ich hab Binde angeschnallt. Ach, scheiße, ich, ja, so. Ja. Ja. Naja, ich, also ich, ich finde ja, prinzipiell ist halt alles super, vor allem, wenn du halt was Neues baust. Alles, ich weiß nicht, prinzipiell. Nein, bis auf das, also tatsächlich dem Schließsystem oder so, würde ich nie so ganz trauen, solange das halt wirklich noch so eine Funkkomponente hat. Alles andere, was ein bisschen komfortabler ist, finde ich halt total geil. Ähm, also vor allem Licht, Licht, einfach so Lichtelemente auch. Also wir sind ja noch wie Steinzeitmenschen mit normalen Glühlampen an der Decke. Ja. Aber, äh, halt so Lichtkacheln oder so, die werden mir bei Amazon auch immer vorgeschlagen. Ja. Die machen mich schon auch ein bisschen an. Naja, oder irgendwelche multifunktionalen Spiegel oder so. Ja. Oder halt dann einfach nicht nur dich drinnen siehst, sondern wahlweise halt dann auch irgendwie das Wetternachrichten... Ein lustigen Gesichtsfilter direkt auf dem Gesicht hast. Ja, oh, das finde ich ja ein bisschen gruselig. Ne, ja, aber genau, auch einfach das Wetter da rein. Und genauso funktionieren ja die ganzen Alexa-Bildschirme auch. Ja. Dass du halt einfach nur so einen kleinen Bildschirm hast und da ist dann halt, da siehst du den ganzen Tag das Wetter laufen oder... Gibt es eigentlich schon so eine, äh, Haftschalen fürs Auge, die ja irgendwie ein bisschen was können? Ähm, also nicht fürs Auge. Für den Penis. Ja, aber eine Brille. Ach so. So, und das ist auch schon... Ja, cool. Also diese Google-Brille ging doch voll nach hinten raus, oder? Ja, genau. Das ist ja schon ein bisschen älter, das Google-Glas. Das irgendwie, nee, das wird total neu, das wird total cool. Kein Mensch hat das gekauft. Ja, das Geile ist, es war ja auch, sah ja aus wie ein Sci-Fi-Film aus den 80ern. Ja. Bittungs, äh, Entschuldigung, das ist wie, keine Ahnung, der Steuerberater von Judge Dredd hat so eine Brille, so. Und dann sollst du damit rumlaufen. Ich weiß nicht, dass Urs da jetzt gesagt hat, kommt jemand da mit den Laden, hau ich in die Brille kaputt. Ich so, ja, Urs, ich weiß nicht, ob die rechtlich das dann so sagen, naja, klar, das war eine Google-Brille. Ist mir scheißegal. Kommt jemand da mit den Laden, hau ich in die Brille, kannst du auch sagen, ey, kannst ich bitte abnehmen, möchte nicht gefilmt werden, irgendwas so. Ja, das ist doch, also ich meine, dieses Augmented Reality-Prinzip findet ja immer mehr Einzug auf Smartphones. Das ist halt also klassisch im Stil von Pokémon Go mit der Kamera, ähm, dich drehst und es nimmt halt die Bewegung, äh, die Umgebung wahr und projiziert irgendwas durch dein Smartphone in die Umgebung. So, und das wird halt auch immer besser und ich glaube schon, dass es irgendwann mal serienreif wird, aber halt nicht, solange es so groß und so klobig und so hässlich ist. Was hältst du denn von modernen Haushaltsrobotern? Also Roboter, die quasi untenrum saugen können, aber oben haben die beispielsweise Tablett und Greifarm. Klingt wie ein umfassender Sexroboter. Ja, ja, gut, der Greifarm, den kannst du halt auch wechseln, der kannst du auch. Ah, ja, 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 ich weiß ja nicht, ob das halt so ein dedizierter Roboter sein muss oder ob du halt einfach, ähm, ein intelligentes Schranksystem zum Beispiel hast. Was rumfährt und saugt. Nee, aber dass du halt, dass du halt dein Geschirr... Oh Mann, Smörre 3, bitte aus dem Weg, ich mach sauber. Du packst dein Geschirr in den Geschirrspüler und dann wird es wie in einem CD-Wechsler quasi im Schrank einsortiert. Also das wird alles einzeln gespült. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann so irgologisch ist. Nein, aber du hast dann halt, sobald der Geschirrspüler voll ist, der Geschirrspüler weiß ja dann auch, wann er voll ist. Also eigentlich brauchst du auch keinen Geschirrspüler. Ja, es braucht halt einfach nur einen, sag ich mal... Spülbaren Schrank. Genau. Da kannst du dich auch reinstellen. Einen Küchenschrank, wo du halt deine Sachen reinstellst. Die sind dann halt zwar in so einzelne Fächer und überall Düsenscheiße und auch ein bisschen beweglicher, also das heißt, du klopst das jetzt nicht wie jetzt vielleicht so maximal alles voll, sondern halt immer so ein bisschen platzsparender, aber und die Türen sind auch ein bisschen eher wie so eine Kühlschranktür, dass sie halt auch so ein bisschen abschließen. Aber du kannst ja nur so ein bisschen abschließen, so ein Spülschrank. Ja, und die müssen dann in einzelnen Segmente eingeteilt sein, dass man sagt, von oben links packe ich dann schneller mal schmutzige. Ich glaube, es braucht dann auch einfach Standardgeschirr dafür. Ja, genau. Also so fängt es halt alles an. Aber dass du dann irgendwann sagst, von wegen, oder es registriert selber, Fach oben links, C7, sieht ganz schön schmutzig aus. Soll ich mal kurz? Ja, mach mal. Besonders, also das ist ja auch ganz geil, so Glas, naja, Glasgeschirrspüler, direkt für Gastronomie und so, die sind auch schon über zehn Jahre alt. Da war es damals schon so und mittlerweile heute mit Sicherheit total ausgereift, dass die halt ohne Spülmittel halt sehr heiß, sehr kurz spülen, weil die halt einfach nur die Gläser, die gerade jetzt im Gebrauch sind, wo sie wissen, von wegen nichts angetrocknet und sonst was, du hast eventuell, genau, so ein Lippenfettfilm von irgendwelchen Lippenscheiß, so und da ballern die halt einmal intensiv rein, danach ist das sofort halt gespült und durch diese Hitze, wenn du die aufmachst, trocknen die halt auch super schnell, so. Und das, glaube ich, so was wäre auch ganz geil, wenn du halt sofort halt Sachen, die du schmutzig gemacht hast, irgendwo reinschitzen und nichts angetrocknet ist und das dann halt mit einer unheimlichen Intensität kurzweilig so und dann, also einfach hochgerechnet wahrscheinlich auch irgendwie effektiver, als wenn man jetzt sagt, okay, jetzt spülen wir mal zwei Stunden lang und spülen das mit Wasser und irgendwelchen nicht abbauen Tensiden durch oder so. Ja, aber das halte ich für viel wahrscheinlicher, als tatsächlich so einen Roboter mit einem Greifarm zu haben, der sich durch die Küche bewegt. Ja, nee, ich meine als Servierwagen, habe ich so gedacht. Oder als, weißt du, dass man so sagt von wegen, keine Ahnung, Menü Nummer drei und dann machst du bitte noch einen kurzen Raum sauber und bügel noch mal einen Schlüpper oder so. Ja, ich glaube, ich glaube ja tatsächlich, der Trend geht eher so zu einzelnen Geräten. Die alles einzelne. Anstatt so ein Kombigerät zu haben. Ja, okay. Also ich meine so Saug- und Wischroboter, alles was noch nah ist, also Wischroboter, das finde ich halt auch interessant. Ja, die sind ja auch noch nicht so richtig ausgereift. Ja, eben. Da gibt es ja meist welche, die halt einfach nur so einen Lappen, den du runterkletten kannst und wenn du hast, sogar noch einen separaten Wassertank und die feuchten nach und nach den Lappen nach und mache nichts weiter als den Lappen ständig nass und der Lappen zieht sich halt einfach durch die Wohnung. Neue, neue Kombi-Idee. Ein Luftentfeuchter und mit dem... Luftentfeuchter, nicht B-Feuchter. Nein, Luftentfeuchter. Also fürs Bad, wo du keine Lüftung hast oder was? Fürs Bad ohne Lüftung oder auch für ein Schlafzimmer oder so. Ja, die Luftfeuchtigkeit. So feucht ist es bei mir nicht im Schlafzimmer. Und sobald der Tank voll ist mit dem Kondenswasser aus deinem Raum, wischt der Roboter mit dem Schmutzwasser aus der Luft den Boden. Achso, ich dachte, er macht Eiswürfel. Eistee? Uh, danke, Sir. Doch, sie haben einfach einen Kühlschrank gebaut. Ja. Ja, das ist super. Und hygienisch und natur-umweltfreundlich. Wie findest du denn diese Kühlschränke, die erstmal dich daran erinnern, dass du die Tür aufgemacht hast und zweitens die halt einfach, ohne zu fragen, dir immer wieder einen neuen Joghurt bestellen und denkst, Gott, ich fresse so viel Joghurt, damit die Scheiße wegkommt. Ich habe das Gefühl, irgendwer bestellt die immer wieder. Also, ähm. Und dein Roomba sortiert sie ein und dass du es merkst an der Tür. Prinzipiell finde ich, die Tür könnte dann auch automatisch zugehen, anstatt dass der Kühlschrank sich meldet. Ja, ich finde, der könnte diese Funktion haben, aber da hast natürlich dann, es ist leichter halt ein Piep und Sensor, dass die Tür offen ist, als gleicher Motor, der schließt und merkt, da ist ein Widerstand, warten, öffnen, aber generell. Widerstand gibt es bei mir nicht, der muss die Schließkraft eines Krokodilmauls haben. Also erst gibt es eine Klinge und dahinter gibt es diese leichten Lamellen, die so ein bisschen soft sind bei dir. Ja. Ich glaube, das Problem ist beim Kühlschrank, der sich selber wieder auffüllt, ist, dass du sehr unkreativ wirst im Essen. Weil du halt dann eine Grundversorgung hast, die er immer wieder holt, wo du sagst, ist das nicht spannend, ist deine Milch leer, holt er wieder Milch. Das ist okay, aber er holt die gleiche Wurst, er holt den gleichen Käse und das gleiche Bier immer und immer wieder. Nach einem Jahr kotzt du und schmeißt den Kühlschrank weg, weil du halt einfach gesagt hast, ich komme auf keine andere Idee und der Kühlschrank macht es schneller, bevor ich denken kann. Ich trinke das Bier aus. Nein, ich will nicht. Da schön wieder Pissebräu haben. Pissebräu ist bestellt. Oh Gott. Du müsstest ihn auf Randomize stellen können. Ja. Du trinkst das Bier aus und kriegst ein Häggendast warm mit Spinatgeschmack. Was haben wir noch da? Rosenkohl, Senf und eine Erdbeere. Danke. Püriere Aktivierung. Aktiviere Pürierung. Ja, das zum Beispiel auch. Das wäre doch für dich super, wenn du über deinem Blender einen kleinen Kühlschrank hättest, nur mit Obst. Ich schmeiße hier nicht nur Obst rein. Oder Obst und Kühlschrank. Also alles, was irgendwie für Smoothies geeignet ist, hast du in so einem separaten Kühlschrank und er mischt das dann auch immer ein bisschen. Eiweißprober. Du hast verschiedene Fächer, die du füllst und dann wirst du jeden Morgen... Wie, ich muss die ganzen Fächer füllen? Nee, nein. Das ist ja ein Fortschritt. Ich kann nächste Woche nicht, ich muss Fächer füllen. Es kommt durch den Lebensmittelschacht und dann direkt in den Blender und von da aus in deinen Lebensmittelschacht. Wie, da schüttet jemand einfach sorglos Lebensmittel rein und dann sortiert sie meinen Sortierer 380? Das ist der gleiche, der sonst Müll sortiert in Freiburg, der ist ja frei geworden. Trier. Trierner, vereinigt euch. Ja. Ich fände es ganz gut, wenn mein Monitor oder Rechner irgendwie sagen würde, du sitzt schon ziemlich lange hier. Ich mache mal, keine Ahnung. Den Landschaftskanal an. Sagen wir das. Ich finde es ja, also dein Smartphone macht es wahrscheinlich auch. Bei mir machen es inzwischen alle Geräte, dass sie nachts ein bisschen gelbstichiger werden. Also nicht nur nachts, sondern einfach Umgebungsbeleuchtung. Ach so, ja, das habe ich am Smartphone tatsächlich, aber ansonsten bei den anderen Geräten ist es zumindest so, dass sie nachts halt dieses blaue, giftige Licht ausschalten oder die Anteile verringern, dass du halt ein wärmeres Licht hast und besser einschlafen kannst. Weil dieses helle LED-Licht, das klassische weiß-blaue, hält dich halt wach, weil es dein Gehirn aktiv hält. Ja, aber nee, welche anderen Geräte sollten das bei mir machen? Computer? Nee, das ist ein bisschen alt, das Ding. Das macht warm. Einige Smart-TVs machen es auch. Okay. Also meiner jetzt auch nicht, aber das ist so, das tatsächlich, was mich so richtig ankotzt beim Fernseher, deinen kann man ja auch nicht mehr ausschalten. Also direkt aus? Ja, genau. Sondern es ist halt auf Standby oder du ziehst den Stecker. Es verbraucht so wenig, es lohnt sich. Ja, aber ich habe die Wahl nicht mal. Ja, A das und dann ist er im Standby und bei mir werden Updates nicht im Standby installiert. Updates für die scheiß Smart-TV-Software, die ich sowieso nie benutze. Okay, das geht immer relativ schnell. Also da gehe ich immer, wenn ich in den Smart-TV reingehe und sage von wegen, weiß nicht, Update aktiviert. Ja, aber muss das sein? Das kann halt auch im Standby passieren. Könnte ja. Aber dann müsste er wahrscheinlich aktiver sein, als er jetzt ist oder so. Nee, der kann doch einmal in der Woche nach dem Update schauen. Könnte da machen wir. Das soll ja nicht zu viel verlangen. Aber ich habe extra deswegen so eine oldschool, analog schaltbare Steckdose zwischengepackt. Ja. Nicht, weil ich das Gefühl habe, es verbraucht zu viel Strömen, sondern einfach dieses Gefühl, dass ich nicht entscheiden kann, an oder aus. Ja. Fick dich, habe ich gedacht. Ich will einen Klick. Ich will nicht, dass es die ganze Zeit heizt, das Ding. Ah. Ich meine, wir haben ja auch noch, dein Smart-TV ist ja auch eigentlich nur noch ein smarter TV, also ohne riesige Sonderfunktion. Du hast halt die normalen Apps darauf installiert, aber theoretisch kann der Smart-TV ja auch wirklich mehr oder minder ein Computer sein. Ja. Und ohne großen Aufwand kriegst du da ja einen schnellen Computer hin. Also ich glaube, letztens hier an den neuesten Unbox-Therapy-Folgen, da hat er halt den meistverkauften 4K-Fernseher bei Amazon halt vorgestellt und das ist der mit, wo du halt in der Fernbedienung halt auch einfach schon so ein, ich weiß nicht, ob es Amazon oder irgendwas, wo du halt einfach mit rumquatschen kannst. Ja. Und das ist halt krass, wie der in alle Apps natürlich ganz normal reingeht, ins Netz geht und sonst was und meinte, du kannst den halt anschließen an eine Rechnerfunktion, du kannst mit dem Drucker labern, also das heißt von wegen hier die Seite, druck sie mir aus und dann sowas, wo du denkst, ja, das ist dann halt einfach so ein Smart-TV, dass du halt gleich alles abdeckst und dann halt auch einfach die Auflösung so gut ist, dass du halt im richtigen Arbeitsabstand davor sitzen könntest und nicht denkst, oh Gott, nee, nee, sondern die sind ja halt einfach so hochauflösend. Das ist ja eigentlich der einzige Grund, was es so für mich ist, dass sich das lohnt, dass wir irgendwie sowas zu packen, diese immer schärfere Auflösung, dass man halt auch kleinst, also dass man es halt auch als Arbeitsbildschirm nutzen kann, weil fürs Auge generell im normalen Abstand ist es jetzt nicht so ein Riesen. Also ich merke es halt, ich merke, das Ding ist auch schon ein paar Tage alt. Ja, aber was heißt auch ein normaler Abstand? Du würdest, also Fernseher, wir haben ja beide riesige Fernseher. Nee, ich habe jetzt nicht so monstlich die Uhr, aber nicht viel kleiner, aber es ist ja auch so, wenn du das auf einem Arbeitsabstand hättest, würdest du ja wahnsinnig werden. Ja, ja, aber ich meine, es wäre, also ich glaube, für ein normales Schreiben, sonst was, wäre ich näher dran, als jetzt beim Schauen. Ja, ja eben, aber dann ist es auch so, wenn du den Mauscursor irgendwie bewegen willst, kannst du erst mal schön den Kopf um 180 Grad drehen. Es gibt halt irgendwie so, ich glaube, das ist eine neue Samsung-Werbung im Netz oder sowas von, weiß nicht, ich glaube generell die Samsung-Smartphone-Generation aktuell und wo sie halt sich mal so hindenken und da fand ich eins, wo ich gedacht habe, das glaube ich, könnte man relativ schnell machen, das war wie so ein, wie hieß das nochmal mit diesen Monstern draußen, mit Nintendo da, wo die ganzen Monster... Pokémon Go. Pokémon Go, genau. Und da war das halt so, dass sie halt gespielt haben, also jeder hatte so sein Smartphone auf so einem großen Gelände draußen und die haben halt quasi sowas wie Herr der Ringe, die haben so einen riesen Ork bekämpft und der war halt dann mit der Kamera verbunden, dass jeder halt irgendwie so eine eigene Funktion von Schuss und Feuer 30 und so ein Zeug und dann hat sie, wenn die Kamera gehoben hast, hast du gesehen, dass vor dir so ein Monster-Ork steht und alle mussten aktiv draußen dann halt irgendwie ihre Waffen dann wählen und dann bekämpfen und ich glaube, so eine Funktion, sowas gäbe es bestimmt relativ schnell, dass du sagst, okay, eine App, alle konzentrieren sich da, das Ding kann sich auch bewegen, das muss natürlich eine hohe Leistung an der Smartphones und eine gute Abdeckung, sonst was benötigt, also in Großstädten quasi, glaube ich, eher dann so zu nutzen, aber generell glaube ich, ist das Technikstand jetzt schon möglich, dass man solche Spiele spielt. Ja, also es funktioniert halt am besten, wenn du vorne zwei Kameras hast. Weil? Weil es dann die Tiefe messen kann. Okay. Dann hast du halt ein 3D-Bild von der Umgebung. Also mein Telefon hat es halt vorne, aber hinten nicht. Ja. Das Geile war, also ich meine, es war ja nur ein Teil des Werbesports, aber das Geile war, dass halt die Kamera nicht nur quasi diesen Ork gesehen hat und die Umgebung war normal, sondern die Umgebung war halt auch leicht verändert. Okay. Und wenn man Mitspieler gesehen hat, dann waren die quasi alle im Kostüm. Also es wurde sofort erfasst und jemand war dann halt in so einem komischen Krieger-Outfit, jemand war so ein Wizard oder sowas. Da habe ich gedacht, das ist halt von der Idee schon ganz geil. Natürlich enorme Rechnenleistung, aber das halt dann, ja. Also mit den Porträtfunktionen vom Telefon funktioniert das ja auch schon ganz gut. Also du kannst, du siehst ja, die Tiefenschärfe wird ja dann darauf projiziert und es ist ja kein großer Sprung von daraus zu sagen, du ziehst den Leuten ein Kostüm an. Ja. Und die Gesichtsmittel, es funktioniert ja auch mit Gesichtsfiltern. Ja. Also die Technik funktioniert ja auch extrem gut. Also eigentlich wirklich unheimlich gut, wie gut dieses Face-Tracking, die Gesichtszüge und die sich verändernde Mimik verfolgen kann. Ja. Ja. Ja, ich glaube, die reißen den Aufzug wieder ab. Ich habe gedacht, wenn der Aufzug aus der Wand, also würde er glaube ich nicht in sich zusammenfallen, sondern eher so nach hinten wegkippen wie so ein Baum, dann würde er so an dem Baum, den ihr eh schon habt, so sich abstützen und eventuell wäre das dann so ein neues Kunstprojekt. Genau. Das ist ja die Sache, also das ist ja das Szenario, dass er gerade aus der Wand bricht. Was ist denn, wenn er jetzt schräg in meine Richtung bricht? Das ist doof. Ja. Ich meine, ich müsste dann mal irgendwie messen, wie das, aber ich glaube, der müsste eigentlich mindestens eine Etage vor mir ins Haus stürzen. Ja, ich weiß ja nicht, der wird mit Sicherheit zusammenbrechen oder zu dir kippen, wenn der Fahrkorb halt dann schon auf der gewissen Höhe ist. Und wenn der Fahrkorb ungünstig ist, dann kann er natürlich abreißen von einer Führung und direkt hier rein landen. Ich glaube aber, der Schacht würde ein integres Teil bleiben. Ich glaube nicht, dass der Schacht... Achso, meiner Vorstellung nach bleibt ja halt nur die Führungsstange und der Fahrkorb. Der Schacht, weil es nur Glas ist, zerberstet und dann bricht das Ding so und... Aber das Gerüst des Schachts ist ja Metall. Vermutlich Stahl, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn es einfach nur Aluminium und Kopfer ist. Ja, aber wenn die Dübel dann bei fünf Zentimeter einer Wand hängen, dann werden diese... Die wird ja... Es wird ja wie so ein Mikado... Wie so ein Jenga-Turm in sich zusammenfallen. Oder es bricht zusammen wie der Turm von Barad-Dur im letzten Herr der Ringe teil. So. Das ist ja auch gut, wenn die Aufzugkabine so ein leuchtendes Auge Saurons wäre. Was auch immer mit so einem ominösen Geräusch fährt. Ich habe ja in letzter Zeit gemerkt, dass ich immer mehr Flugpanik kriege. Ich bin letztens geflogen von Stuttgart nach Berlin. Und das Schlimme ist, es war halt ein relativ normaler Flug. Ein paar Mal gerüttelt, dann hieß es von wegen, bitte angeschnallt bleiben, wir fliegen durch Turbulenzen. Was mich immer panisch macht, weil ich immer nicht weiß, was es bedeutet. Und halt auch einfach diese Bewegung im dritten Raum. Du merkst, oder du hast das Gefühl, dass der Körper vielleicht zu übertrieben diese Bewegung wahrnimmt, dass du halt geradeaus fliegen willst. Der Wind drückt leicht nach links. Du bist auch nicht mehr gerade, sondern die Flügel heben sich ein bisschen. Und dabei versuchst du, das Flugzeug noch anzuheben, aber wird halt irgendwie runtergegeben. So war es so. Und das kann mein Gehirn alles nicht greifen. Und das passiert alles so minimal. Aber du siehst ja auch, ich glaube, das Problem ist auch, du siehst es nicht aus der Pilotenperspektive. Ja. Dass du halt weißt, wo genau alles hingeht, sondern du hast nur diesen eingeschränkten Blick aus dem Fenster und die statische Kabine. Ja. Ich glaube, das macht es halt auch nochmal schwieriger für den Gleichgewichtssinn. Und ich muss sagen, also früher war es halt kein Problem, seit dem Horrorflug letzten Sommers, ich bin richtig geschädigt. Also ich habe halt richtig, es war zum Glück nur ein kurzer Flug, anderthalb Stunden und sowas, aber ich war richtig die ganze Zeit in so einem Panikzustand. Danach habe ich, also nicht voll Panik, aber danach habe ich das irgendwie gegoogelt und dann wegen Flugangst und sonst was. Und dann kam richtig raus, dass irgendwie angeblich ein Drittel der Menschen der Welt halt unter Flugangst leiden. Also dieses, dass man halt ein Drittel der Welt. Also in verschiedenen Ausführungen. Genau. Aber halt einfach nicht klarkommen. Das heißt, wenn es losgeht, schon feuchte. Du hast ja auch gesagt, du findest es nicht ganz geil, aber du bist jetzt auch nicht Panik, also du bist jetzt auch nicht voller Angst. Nee, also ich finde es halt, ja, ich meine, also ich fliege halt nicht furchtbar, also ich fliege normal gerne. Ich freue mich jetzt nicht aufs Fliegen, aber ich habe auch keinen furchtbaren Schauder davor. Bei mir ist es halt eher dadurch abgedämpft, dass ich halt, dass mir halt in Autos so schlecht wird. Autos und Bussen. Aber Zug nicht? Zug nicht. Und dann bin ich im Flugzeug auch nicht. Und dann bin ich schon immer froh, wenn ich fliegen kann. Und nicht, oh, Bus fahren, Autofahren. Vor allem so, wenn Leute so einfach überhaupt nicht schalten können. Das kotzt mich so an. Aber es liegt bei dir nicht daran, ob du halt gegen die Fahrtrichtung sitzt oder okay. Nee, es ist wirklich, also ich weiß, es ist halt Leute. Im Kinder sitzt im Q7. Beim Auto Leute, die zu spät schalten. Oder gar nicht. Furchtbar. Das Lustige ist, ich habe letzte Woche irgendwie gemerkt, dass ich ja tausendmal im Zug saß, dass halt einfach, wenn du im ICE sitzt, die Bewegungen halt viel krasser sind als beim normalen Fliegen. Also wie oft du auch rechts und links geballert wirst, wo du auch denkst, okay, bei der Geschwindigkeit wird ja manchmal angezeigt, wir sind knapp bei 300. Und du denkst, okay, das ist jetzt aber einfach nur, dass wir so tonnenschwer sind, weil sonst müsstest du schon, pjung. So schnell könntest du aber auch auf deutschen Autobahnen fahren. Ja, das stimmt. Was ich mir dran denke. Aber du hast ja erzählt, das ist ja auch ganz richtig so, dass innerdeutsche Flüge halt einfach, also ein CO2-Abdruck hinterlassen. Ja, ich meine, nicht nur innerdeutsche, aber ja. Ja, ich meine, oder am Wochenende nach Björn ist das auch bescheuert. Genau, wo du aber einfach sagen würdest, also ich meine, klar, du würdest jetzt nicht mit dem Zug nach Madrid fahren. Ja. Finde ich auch völlig verständlich bei der Distanz, aber halt, dass es in Deutschland halt praktischer ist, von Berlin nach München zu fliegen, als mit dem Zug zu fahren. Das ist halt das Bescheuerte, wenn du überlegst, halt diese Direktverbindung, die es halt so ungünstig wie möglich teilweise gibt. Also wie oft man irgendwie dann mal in den Süden muss und dann denkst du, ja geil, sieben Stunden Zug fahren, mit viermal umsteigen. Also möglich wäre es halt einfach mit den bestehenden Netzen und das ist keine selten genutzte Strecke, dass du halt das locker in viereinhalb schaffst. Ja, auch gerade halt die Strecken, die sie ja schon gebaut haben, die eigentlich so die perfekten Direktverbindungen sein sollten, wo dann so oft gebaut wird, dass es eben nicht klappt. Ja, wo dann halt auch nachweislich ist, von wegen, wir haben jetzt eine Zeitvergünstigung von 15 Minuten im Vergleich zu den Strecken von 54. Ja. Übrigens, wow, 2019. Ja, aber mit einem Zug, der eigentlich fünfmal so schnell fährt. Ja, genau. Habt ihr da irgendwie Umwege? Nö, alles gut. Ja, und also ich meine, dann ist es halt auch preislich einfach die Sache, wenn du halt oft, gerade wenn du last minute unterwegs bist, ein Flug von Berlin nach München. Nice. Und weg ist er. Ich hab gerade gedacht, ob ich einen Bürger Lars Dietrich oder einen Lars von Trierwitz mache. Ich dachte, Marc Gröning. Und dann bist du dann halt einfach fünfmal so teuer mit der Bahn. Ja. Weil halt die Bahn davon ausgeht, dass du dein ganzes Leben acht Monate im Voraus mit einer Bahncard 50 planen kannst. Aber das Beste finde ich, dass die ganzen Kontrolleure des öffentlichen Nachverkehrs alle QR-Codes lesen können mit ihren Augen. Einmal Fahrgarten bitte. Schmisch mal die Fahrgarten sehen. Und dann zeigst du den QR-Code. Ja, danke, ist passt. Dichst du, äh, bitte. Ja, cool. Da hätte ich, da hat neulich jemand zum QR-Code lesen mein Display angefasst. Oh. Da wäre ich fast gestorben. Da habe ich instant Pilz an den Daumen bekommen. Na gut, also Handys oder Smartphones sind ja mittlerweile echt so wie eine Klobrille unten drunter. Ja, aber zumindest meine Klobrille. Ja. Und die sonst keiner anfasst, sondern nur meine Finger und meinen Arsch. Ja, ne, weil ich, ich zoome mal rein. Wow, wow, wow. Pinnefinger. Da müsst ihr dann aber auch für Danke oder Auf Wiedersehen mit seinem Daumen schön über deinen Mundfickel schmieren. Das ist halt auch so nervig. Ich hatte ja, war das letzte Folge oder vorletzte, als ich so angeklatscht war? Letzte und vorletzte, hätte ich gesagt. Ich meine, aber richtig für eine Stimme war es für mich der Vorletzte. Da bin ich ja zum Glück durch, aber das mindert halt nicht den Sachverhalt, dass ganz Deutschland oder halb Deutschland gerade noch im Hohen Husten ist. Mein Nachbar gerade zweimal, der war angesteckt und dann ging es ihm wieder besser und dann hat es ihn wieder erwischt. Ja, also wenn du eine kleine Kinder hast, die dir als Begrüßung erstmal einen Flock gehackt ist, das Gesicht husten. Naja, beziehungsweise und, der holt halt die Kinder jeden Tag aus der Kita ab. Und da sind es ja halt nicht nur seine Kinder, sondern 50 Kinder. Das finde ich eh das Krasseste. Also da habe ich echt dran gedacht. Das habe ich jetzt öfter auch schon im Zug gesehen. Da dachte ich schon kurz, eigentlich keine schlechte Idee, mit Mundschutz reisen. Also Mundschutz habe ich jetzt schon öfter gesehen und das wirkt jetzt nicht immer nach, ich bin jetzt vom Immunsystem ganz, sondern einfach nur der Tatsache geschuldet, wir sind hier in diesem trockenen, was du auch letztes Mal meinstest, klimatisierte Scheiße, wo halt einfach sich jeder, ah, da kann ich schon verstehen, dass du sagst, so einen lockeren Mundschutz ist bei einer Reise von fünf Stunden irgendwann nervig, aber wie ist das eigentlich mit dem Vermummungsgesetz? Also so ein richtiger Mundschutz, da hast du eigentlich nur die Augen auch frei. Dann hast du vielleicht noch eine Mütze auf. Ja. Bums. Sonnenbrille. Das ist immer eine gute Frage, ne? Also genau wie mit diesen, in Anführungszeichen, Höhentrainingsmasken, dürftest du mit denen eigentlich laufen? Also ich meine, solltest nicht, aber dürftest du? So effektiv wie ein Kissen vor dem Gesicht, hast du gesagt, ne? Aber die sind immer noch, also verkaufen sich immer noch. Man sieht auch immer mal wieder Leute damit trainieren. Also auch immer welche, die sich dann halt als besonders, besonders krass halt präsentieren. Ja. Die sagen von wegen, Alter, schau mal an, was ich für ein Tier bin. Ich laufe nicht nur so viele Kilometer und drücke das, sondern ich habe dabei auch ein Kissen im Gesicht. Also sieht cool aus, sind meist so eine Bane-Masken, wo ich denke, das ist der, das ist das Verkaufsargument, dass er halt aussieht wie so ein Marvel-Monster so. Ja, und du siehst halt einfach die ganze Zeit irgendwelche Athleten damit auf Instagram. Also vor allem unter Fußballern halt beliebt. Und Fußballer gelten ja als die intelligentesten aller Sportler. Poldi, Chips essen oder was, oder was? Ist das Schweini? Ja, aber ich meine auch die, also beziehungsweise gerade die, haben doch irgendwie neueste, kontrollierte Studien in der Hand oder beziehungsweise Leute, die vertrauen können, die sagen, Alter, das ist wie durch ein Kissen atmen, Kollege. Ich meine, klar, kann ja auch sein, dass man sagt von wegen, ich bin darauf trainiert, dass ich halt mit wenig Sauerstoff so gut klarkomme. Das heißt, normal viel Sauerstoff, Bombe oder was? Eben nicht, aber... Ja, ich meine, aber das ist ja der Gedanke. Das ist der Gedanke, genau. Das hat bestimmt auch so einen psychologischen Hintergrund, dass jemand sagt, Alter, das hat ein maximales Placebo-Effekt. Das ist so in den 90ern. Dann gab es mal so den Trend, dass Fußballer mit Nasenpflastern rumlaufen. Ja, ja, diese Nasenflügel, ne? Genau, was halt auch dann erwiesenermaßen, das ist ja auch alles erwiesener Quatsch, aber wenn halt einer mal anfängt mit dem Trend und gerade ein guter Sportler, dann machen andere dem das halt nach, weil sie glauben, das liegt daran. Irgendwie Michael Phelps hat ja mal das Schröpfen zurückgebracht. Der Olympia-Schwimmer. Okay. Die hat was zurückgebracht. Das war jetzt ja nie so im Monster-Trend Schröpfen. Ja, aber... Endlich wieder. Nee, doch, für Leistungssportler schon. Das haben dann halt ganz viele gesagt. In Asien. Ich meine, wenn Michael Phelps sich Schröpfen lässt, dann wird das halt schon irgendwelche sportlichen Auswirkungen haben. Der ist halt einfach so ein fantastischer Athlet. Und so ein wunderschöner Mann. Ja, ne? Wer würde nicht gerne mit einem Mann mit Flossen zwischen den Händen eine Nacht im Pool verbringen? Das Monster aus der Blauen Lagune. Wie hieß er nochmal? Duffy? Patrick Duffy. Wie der Mann aus Atlantis. Ich dachte, der letzte Mann aus Atlantis. So bin ich damals unter Wasser immer geschwommen in Langenhagen. Ich mache den Patrick Duffy-Dance-Schwimmbewegungsdienst. Ja, auch einer der besten Filme, in denen Leute Zeitlupe gespielt haben. Filme? Das war eine Serie. Echt? Meine Güte. Ich habe nur irgendwann mal eine Sache davon gesehen, das hat mir gereicht. So wie du letztens meintest beim Cover. Ich bin Manfred Krug. Das ist Dieter Krebs. Scheißegal. Die können sich beide an uns wenden. Zum Beispiel an Ad für NewsSupport auf Twitter. Sind wir schon wieder soweit? Ja. Wir haben doch gar nicht angefangen. Wir laufen jetzt eine Stunde. Jetzt mal ganz kurz, bevor wir jetzt schon mal sagen, was soll ich machen mit dieser Hausordnungsscheiße? Die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf gerade. Ja, schreibt uns an Ad für NewsSupport auf Twitter oder für News at Gmail. Nein, ich meine dich. Ja, ignorier es halt. Okay. Hausordnung. Ja, meine Güte. Entweder alle räumen jetzt ihren Scheiß weg und das kommt dann in fünf Wochen wieder. Aber ich kann, jetzt rechtlich kann mir demnächst nichts passieren, sondern dann gibt es nochmal eine Ansage. Ja, da redest du ja mit dem Experten hier. Weiß ich nicht. Nee, aber du würdest meinen, nein. Ja, die könnt ihr an die Schuhe pinkeln. Ja. Ja, was soll passieren? Es geht nämlich darum, dass bei mir vor der Haustür lagere ich meine Schuhe. Ganz ordentlich, Schuhregal, alles hat sich gesehen, wunderschön. Und bin ich der Einzige im kompletten Haus, Seitenflügel, Hinterhaus, bla, die das tun. Also es sind auch Leute, die halt einfach das so als Lagereinrichtung nehmen und da halt einfach ihre, ich sag mal, Reisekartonsstapel und sowas. Reisekartons, Umzugskartons. Ich reise nur mit Kartons, das ist billiger, Mann, Gepäck. Und jetzt gab es halt gerade explizit in meinem Briefschlitz, in meinem Briefkasten eine Nachricht von der Hausverwaltung, sich nochmal an die Hausordnung zu erinnern. Insbesondere der Part, dass man halt im Treppenflur nichts lagert. Ich muss damit sagen, dass über mir niemand mehr kommt. Also es ist keine Partei, die immer daran vorbeiläuft und denkt, Scheiße, ey. Also auch aus sicherstechnischen Gründen. Natürlich gibt es, glaube ich, diesen Part des Brandschutzes. Ja, aber das betrifft eigentlich eher Kinder. Also ich kenne es ja ganz klassisch mit Kinderwagen. Ja. Die auch dann so eine Brandgefahr sind, weil die schnell Feuer fangen. Ja. Die haben wir nämlich zum Beispiel bei uns im Seitenflügel, haben wir gleich zwei Kinderwagen unten abgeschneitert. Ja, genau. Das zum Beispiel sollte echt nicht sein. Und ich weiß gar nicht, ob das erlaubst, zumal halt bei uns im Seitenflügel keiner Kinder hat. Das sind halt die Wägen aus dem... Ein Bierwagen. ...Vorder- oder Hinterhaus. Ja gut, aber du willst ja nicht, dass dein eigener Flügel abbrennt, nur wegen deines Kinderwagens. Ich habe überlegt, ob ich den schreiben sollte, weil wir haben diese komischen Sisal-Risal-Teppich-Scheiße, die halt immer mit diesen Stangen verbunden sind. Und da fehlen schon diverse Stangen. Also das ist halt... Ich glaube, eine haben wir bei deinem Umzug rausgerissen. Ja, gut. Aber das ist definitiv halt so ein Sicherheits-Dingsbum, wo du denkst... Ja, ich habe mich letztes Mal auch fast aufs Mett gepackt, als ich bei dir oben war. Und da müsste dann versicherungstechnisch, gibt es halt, glaube ich, dann an von wegen hier im Treppenhaus, da fehlt halt die Dings und dann kann man die Hausverwaltung ankacken, oder? Also das müsste jetzt ja nicht das... Weiß ich nicht, das kannst du bei meiner Hausverwaltung versuchen. Nicht mal, aber grundlegend. Ja. Wer sollte denn da schon zuständig sein? Ja, die sind halt dafür verantwortlich. Also eigentlich, du musst halt den Schaden melden, das ist die Sache. Das heißt, wenn du da hinfällst und vorher das niemand gemeldet hat, sagen die, ey, wir wissen das nicht. Ja, genau. Aber da gibt es halt Reinigungskräfte, die jede Woche da durchrennen. Ja. Und die sind ja von der Hausverwaltung... Denen doch egal. Also, wir haben jetzt das Glück, dass bei uns, wir haben einen ganz guten Hauswart, aber ansonsten, wenn irgendjemand anders die Reinigungskraft wäre, wenn die mit der gleichen Einstellung rangehen wie meiner Hausverwaltung, Paul Immobilien, schreibt ihnen, meine persönlichen Freunde, dann würden die nicht melden, wenn das Treppenhaus in Flammen steht. Okay. Ja, dann schreibt uns auf Stitcher und... Ihr findet uns auf iTunes, Stitcher oder wo doch immer ihr Podcasts hört. Oder auf YouTube. Wir sind überall, Fündnisse mit Dirk und Klaus. Ja, gmail.com. Genau, sucht mal Hausverordnungen raus und ob man sich daran halten muss, wenn du was einem im schlimmsten Fall droht. Ja, genau. Muss ich das machen? Muss ich das machen, werde ich verdammt zu. Krass, Schule. Also meine Orientierung ist halt einfach mal eine Nachbarin, die halt das so als Lager-Einrichtung nutzt. Und ich glaube, wenn das freigeräumt ist, dann werde ich halt auch mal zusehen. Das ist aber echt nervig. Ich habe eine Leiter da stehen. Fällt mir gerade an. Ja, aber sonst kommt so auch deine Schuhe oben im Regal nicht ran. So. Na gut. Na ja. Kommt gut durch die Woche hier, geilen Nüsschen. Kommt gut. Pfff.